Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls 3 1,5 mit einem Viertel Käse unten. Warte, ich hab nur noch viel bessere Idee. Moment. Lassen wir das lieber. Ja, denke ich auch. Gut, 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 gut. Und hier fünster Geist Nebel weg. Der einzige Grund, warum ich noch nicht losgerannt bin. Der scheiß Nebel. Hier ist eine Linksbums da, die hier aufgeht. Oh, hast du eigentlich schon gesehen? Ich habe ein Resident Evil Zero Let's Play auf meinem Channel. Oh, wie schief. Jetzt ist er runtergefahren. Aha. Magst du Resident Evil nicht? Ja. Wenn du's Let's Plays... Nein, ich weiß nicht. Okay, das war jetzt böse. Vorher wusste ich nur, dass diese dämliche Lache kommt. Geil, ich kann Türen öffnen. Wuhu, ich kann etwas in deiner Welt. Los. Zum Selbstmordabort. Los. Danke. Nächster. Alle müssen runter. Alle müssen runter. Alle müssen runter. Nicht draufschlagen. Aufschlagen tut... Aua, ach egal. Gehen runter. Ich habe eine Idee. Du gehst vor und scheitest diesen Aschengölzen auf. Ja, so kann man natürlich auch runtergehen. Das ist richtig. Das ist... Das ist die Schnelllieferung im runtergehen. Du bist fast tot. Das merke ich auch. Danke für deine rege Anteilnahme. Verdammt. Was ist das für ein... Au. Au. Ah nee, das zweite Auge hat nicht mehr getroffen. Au. Au. Hu. Jetzt zerlegt diesen Aschengötzen endlich. Meine Fresse. Lass ihn in Ruhe. Ich dachte, mit dem Aschengötzen meinst du den großen da. Aber... Aber... Wurde es besiegt? Ja, Entschuldigung. Ich kann nicht ewig von dir Trottel abhalten, ja? Soll ich mein Zeichen oben an der Leiter hinlegen? Mir ist egal, wo du dein Zeichen hinlegst. Ich lege mein Zeichen oben an der Leiter hin. Oder bist du tot? Ich bin nicht tot, aber da hat jemand eine Bombe auf mich geworfen und ich bin kurzzeitig erschrocken. Kurzzeitig erschrocken? Ja, kurzzeitig erschrocken. Nee, du hast gesagt kurzzeitig erschrocken. Ich hab's genau gehört. Kurzzeitig erschrocken? Ja, du hast aber gesagt kurzzeitig erschrocken. Du hast doch keine Ahnung. Ach klar. Hey. Ich weiß zum Beispiel, was eine Handtaschenschaltung ist. Was? Ja. Also, mein Zeichen liegt da, wo du runtergefallen bist in den Raum mit dem Aschengötzen und dem Riesenfieh. Jetzt ist klar, wer was ist? Ja. Und ist dir auch bewusst, mein Freund, dass ich alles zurückgelaufen bin, um dich zu holen? Nein. 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 Ich ruiniere deine Aufnahme. Ich merk's. Ich merk's. Ich merk's. Moment, Moment. Ich habe... Moment. Ich hab... Wo ist es denn? Da ist das. Erstmal... Äh... Blocken. Also... Diese Reaktion finde ich jetzt nicht sehr nett von dir, dass du mich erst mal blocken würdest. Ich hab'n Bum gehört. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du musst ihn nicht töten, ne? Hau ruck! Mach hier, hau ruck! Mach hier, hau ruck! Ach... Wir ziehen jetzt echt... Oh... Oh! Oh! Enel! Wo ist er denn? Ah... Ja, nicht flach! Schießen! Da komm' ich doch gar nicht mehr... Ha! Nein! Falscher Gegner! Geh' mir aus dem Weg! So... Wo ist der? Da! Ich kann ihn nicht anvisieren! Was ist denn das? Endlich! Oh jetzt! Oh jetzt! Stirb du verdammter Scheißkerl! Lass dich treffen! So, 31 Schaden! Die Glittersterben sind im Weg! So... Getötet! Halleluja. Hast du das eigentlich gesehen? Was? Die sich bewegende Flammenwand? Nein. Da war eine bewegende Flammenwand. Hier. Mach mal Klopf-Klopf. Klopf-Klopf. Wer da? Ja. Bob? 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 Dumdi-dumdi-dumdi-dum. Dumdi-dum. Aber der erwacht ja wirklich nicht. Das wäre der hier. Dort. Next. Große Titanenschorle. Gedingenswurfs. Glittertitanit. Menschenbild. Uh. Hä? Der erwacht auch nicht. Das ist seltsam, nicht wahr? Du bist gestorben. Weißt du, ich kam da so ganz gemütlich langgerannt. Kam erst der eine, dann bin ich zu dem anderen gesprimt, weil ich dachte, der war nicht etwas freundlich. Und da war der eine aber eifersüchtig. So. Ach, ich erzähl total entspann. Ich soll das lassen. Mein Freund, keine Angst. Ich fühle mit dir. Ich bin auch gestorben. Ich muss aber nach Machula. Was? Ja, ich muss nach Machula. Ich muss... Zeugs machen. Das ist mich derweil an dem Großen. Du kannst ihn nur besiegen, wenn der Aschergötze... Ja, der ist ja bei mir schon da. Und zumindest der. Der Aschergötze. Okay, wenigstens das. Wenigstens machst du mal etwas. Was soll das heißen? Das musste ich zu dir sagen. Ja, du schnaufst dich die ganze Zeit durch meine... Welt. Ist er eigentlich empfindlich gegen Feuer? Ich glaube nicht. Wie? Nicht? Och. Tut mir leid, mein Freund. Tut mir leid. Hm. Er ist tot. Ich katholiere dich zu diesem Sieg. Warum habe ich mich letztes Mal so abgemüht gegen den? Uh, Flammquartzring plus 3. Faktisch gegen den Schmelz-Dämon. Ja, ich weiß, der heißt Schmelzer-Dämon. Mein Gott. Ja, ja, ja. Geht nur mit dir selbst. Große Vitanscherbe. Menschenbild. Blitz eines Titanis. Getrocknete Wurzeln. Hast du eigentlich oben ein... Also, dort wo wir gerade waren, dein Rufzeichen hingelegt? Hm. Weißt du, wo wir gerade waren, ist so... Du meinst im ersten DLC? Hahaha. Du verstehst die Problematik? Du weißt, beim Lagerfeuer du ich es nie. Äh, nö. Ich war da oben ja nicht mehr, seitdem du in deinem Feld gestorben bist. Ich bin doch noch in meiner Welt gestorben. Ich habe mir nur nicht leicht ausgeruht. Ja, na sicher. Und der Einführer der USA ist auch Obama, ja, natürlich. Nein, das ist nicht der Einführer der USA, bevor jemand Dummes kommt. Wer denn dann? Die Waffenindustrie. Erstens das und zweitens vielleicht bald sogar diesen mehr Schweinchen tragenden Ehren. Ah, ich hab den Namen auch vergessen. Ähm, wo mein der hieß? Der Name ist vergessen, Punkt, Aus, Ende. Donald Trump! Nein, warum? Warum nimmst du sowas in den Mund? Weil er ein mehr Schweinchen tragender Ehre ist. Das ist keine Perücke, das ist ein Meerschweinerin, eindeutig. Nebel, Nebel, Nebel! Nein, ich weib doch nur durch den Nebel! Lasst mich da durch, ihr Schweine! Ich will zum Bonfeuer, ich will zum einem Bonfeuer! Ähm, ich muss nach Machula. Verschlossen. Ja, viel Spaß. Bonfeuer, ich hab's! Jetzt kommt zum anderen Lagerfeuer. Und singt das Lagerfeuer-Lied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-R-L-I-E-D. Und, äh, jetzt ein bisschen schneller, denn dann wird es zum Hit. Du hast es voll verkackt. Toll. Oh, 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 oh! Alter, das war ein Hinterhalt! Geh zurück zum Lagerfeuer und singt das Lied. Move zurück. H-E-U-E- Ich sitz am Lagerfeuer und singt das Lagerfeuer. Lied, das L-A-G-E-R. Muss ich das wirklich machen? Willst du, dass ich das wirklich mache? Ja, sing weiter! H-G-E-U- E-W-E-R-Y-S Jetzt bin ich rausgekommen Ich muss gleich nochmal von vorne anfangen. L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-E-D Ich weiss doch wie es buchstabiert wird. Ich habe ja gedacht. L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-E Also, hast du oben dein Zeichen hingelegt? Es kam ja schon nach oben. Einen Moment, jetzt schon nicht so. Ich will doch nur hier sitzen. Machst du gerade... Moment, wie hieß der... Der Gesch... L-O-R-I-O. Ich habe mich gefragt, ob du drauf kommst, wie der heißt. Ist ja schon etwas älter, der Gute, ne? Ja... Und ich möchte bitte kein zugefällig weichgekochtes Frühstück sein, sondern ein planmäßig weichgekochtes Frühstück sein. Danke. Mein Zeichen liegt. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe dich gerufen. Ihr habt dich vernertet. Du, ähm, grüßt mich aber nicht um mich zu können. Nein, das ist für dich so nervt. Ich rufe dich, um dir Schmerzen beizubringen. Schmerz! Ja, schon weg. Tschüss! 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 Ich hoffe, dich zu verfolgen. Ich sagte Tschüss! Ach du Scheiße, der Riese lebt ja wieder. Aha, das war auch mein Untergang. Darauf war ich nicht gefasst. Du bist gleich tot. Noch einen Schlag. Au! Du bist gleich tot. Aber auch nur, weil du es so schmachend machst. Nein, er ist nicht gegenfeuerempfindig. Definitiv nicht. Ich kann auch... Ja. Korrel desaströses. Okay, wo gehen wir als nächstes? Wow. Stirb! Warum treffen die mich immer? Moment, warte, ich kann... Warte, warte, warte. Wir brauchen die Estusflakons, doch das heißt... Alter, ich schwör dir echt nicht mehr, ne? Was du hier abziehst teilweise, Rasse. Tut mir leid, ich dachte... Oh, so wenig Leben. Wir brauchen keinen Estusflakons mehr. Ich hab das deutlich vorher gesagt, bevor du den genommen hast, ja? Ich hab drauf geklickt, dann hast du... Ich hab da gerade auch runtergefallen. Nein, echt nicht. Der andere. Er hat endlich auch gewundert, dass du da noch so viel Leben hast. Muss ich sagen. Ich bin da einfach runtergefallen und gestorben. Warte! Ja, gut, ich warte. Oh, Moment, ich hab schon meine Essenceverklung halt geholt. Schön, schnell und viel, ne? Ja. Hallo, Blitzdame. Hahaha. Das ist wirklich eine Dame. Sie ist wirklich ein Vorbau. Nein! Ich lebe. Weil du mein Atem bist. Weil du mein Atem bist. Kommst du da unten klar? Ja, so ein bisschen Hilfe könnte ich gebrauchen. Auch wenn du die Hilfe bist. Nett, nett. Die meisten sind tot. Dummerweise nicht alle. Soll ich vor dem Nebel mein Zeichen hinlegen? Ja, das wäre ein bisschen nett. Also wieder zum anderen Lagerfeuer. Also wieder zum anderen Lagerfeuer. Also wieder zum anderen Lagerfeuer. Nein, ich wollte keine große... Ach, egal. Scheiß. So. Ähm. Ähm. Hm, 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 hm. Okay. Ja, das D.A.C. bringt mich doch lange hinter uns. Was? Ich dachte, wir wären schon fertig. Nee, nee, nur falls du denkst, wir kommen so gut voran. Das Ding hat... Moment, wer sagt, ich denke, wir kommen gut voran. Das habe ich gerade gesagt. Hörst du mir nicht zu? Ähm. Große Seele des großen, stolzen Ritters? So ist gut. Sehe sie eines... ...Gelden? Wo bist du? Ich habe mein Zeichen vor den Nebel gelegt. Wo bist du? Ich bin vor dem Nebel. Noch draußen da bei den Schneemännern. Ich habe sie gerade umgenietet und da kamen Seelen so raus. Wofür der Nebel eigentlich red? Alter, zeige ich dir einen anderen Mal. Nein doch, das... Das... Komm. Komm, das... Das kann ich... Das kann ich so jetzt nicht bringen. Wo bist du? Soll es doch nicht immer weglaufen. Jetzt sagt der Richtige. Bei mir ist das ein Fortlauf. Kein Weglauf. Oh, ein Lagerfeuer. Oh. Nirgends. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Lagerfeuer ist. Das sieht mir ziemlich nach Bonfire aus. Ich kriege schon wieder Schaden. Was machst du da? Hä? Ich schaue, ob in den... Ich schaue nach, ob in den sogenannten... Uh, Zauberquartz. Plus drei. In den sogenannten... genannten Vasen. Genau. Ah. Nein. Oh Mann. Okay. Was nein? Nix, nix. Moment mal. Kann ich das aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Nein. Nein, wir brauchen noch etwas. Das ist verschlossen. Ja. Und da beim Bonfire? Ja. Ich glaube, es geht tatsächlich beim Bonfire weiter. Bon, 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 oh ja. Aber... Ja, genau. Mach die Wasserflüge einfach kaputt. Genau. Ja, es könnte sein, dass etwas drin ist. Nicht in Wasser kriegen, nein. Und was denn dann? Nicht in Wasser kriegen. Zum Beispiel. Ich will nicht, dass... Der Raum sich böse auch ist. Gehen wir lieber da lang. Warte, mein Freund. Ähm... Ah! Äh... Moment, mein Freund. Vorsicht! Ich habe dich gewarnt. Wir werden hier immer mehr. Was? Du stirbst gleich. Nein, nein. Nein, nein. Du bist gestorben. Ich habe das Feuer übersehen. Und der Gegner bleibt im Feuer drin stehen. Moment, der ist gleich tot. Warte, warte jetzt. Also, bei mir können wir Ruhe hier durchgehen, wo ich gerade bin. Der gefährliche Raum ist nicht mehr so gefährlich. Ja, aber auch nicht so spannend. Der gefährliche Raum ist entgefährlicht worden. Boah, weißt du, wenn Schneemänner schon sehen von großen Heldenbesitzungen, ist doch echt was fahr... Du hast Nerven, ey. Okay. Wo bist du? Ich bin gerade bei den Schneemännern. Und jetzt komme ich zurück. Gut, leg dein Zeichen dorthin, wo wir die Wahl haben zwischen gefährlichem Raum und nicht gefährlichem Raum. Okay, einen Moment. Und wir sind schon bei 23 Minuten. Ja, ein paar Tnebel ja noch auf. Ja. Ich will es nur sagen. Was dauert da so lange? Ja. Du musst runterlaufen. Zeichen liegt. Ich sehe nichts. Blindfisch. Selber Blindfisch, du Blindfisch. Oh, jetzt. Ja, hier bin ich gestorben. Ja, ja. Ja, ja. Weißt du, sich mal heilen. Ich hab's dir gesagt. Ich sehe nur von der Seite Flatsch. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir hören bei 24 Minuten und 45 Sekunden auf. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.